Hallo Freunde, hier ist wieder euer Alex. Im heutigen Video schauen wir uns die Antreterordnung nach Feuerwehrdienstvorschrift 3 Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungsanlass an. Wir werden uns einmal anschauen, wie die Gruppe antritt, die Staffel und der selbstständige Trupp. Grundsätzlich wird nach dem Kommando des Einheitsführers absitzen und bei Gefahr alle sofort zurück angetreten. Es wird hinter dem Fahrzeug angetreten mit einem Abstand von zwei Metern zum Fahrzeug circa. Es kann auch abgeändert werden durch den Einheitsführer, zum Beispiel bei Gefahr durch fließenden Verkehr oder aufgrund räumlicher Gegebenheiten eine Einsatzstelle. Da keine Einheitsführer bestimmen, dass nicht hinter dem Fahrzeug angetreten wird, sondern vor dem Fahrzeug, neben dem Fahrzeug oder an einem anderen Ort. Das ist halt abhängig davon, wie die Gegebenheiten dort an der Anhaltsstelle sind, aber grundsätzlich wird erstmal hinter dem Fahrzeug angetreten. Es wird zu beiden Seiten abgesessen und der Trupp, der an der Tür sitzt, öffnet die Tür und schließt diese auch. Bei der Antreteordnung Gruppe ist es so, wie man sieht, 2 Meter Abstand zum Fahrzeug. Vor der Gruppe steht der Gruppenführer. Links von ihm, also Draufsicht vom Gruppenführer die Sicht, links der Maschinist, hinter Maschinist der Melder. Rechts davon der Angelstruppführer, dahinter der Angelstruppmann. Bei den Trupps ist es so, der Führer steht vorne. Neben dem Angelstrupp der Wassertrupp und neben dem Wassertrupp der Schlauchtrupp. Bei der Staffel werden dann einfach die Funktionen gekürzt, die halt nicht vorhanden sind. Das wäre dann einmal der Melder und der Schlauchtrupp. Ansonsten bleibt die Antreteordnung und gleich. Beim selbstständigen Trupp ist es so, da steht vorne der Truppführer, dann der Maschinist und dahinter der Truppmann. Das war die Antreteordnung nach Feuerwehrdienstvorschrift 3. Wenn dazu noch Fragen sind, schreibt die gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben da zu lassen. Und Video wünsche nehme ich auch gerne entgegen. Schaut doch gerne auf dem Discord-Server vorbei und bei Instagram. Alles in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin bleibt gesund und haut rein, euer Alex.